Sie führt das Leben, von dem andere nur träumen können. Estefania Heidemanns genießt gemeinsam mit ihren Kindern und Ehemann Markus jede Minute auf ihrer Wahlheimatinse Mallorca. Ob im Traumhaus, am Strand oder zu Wasser, die Familie hat immer Spaß. Doch der absolute Hingucker ist und bleibt der Traumkörper der 41-jährigen Mutter, den sie gerne vor atemberaubenden Kulissen in Szene setzt. Dass solche Kurven nach drei Kindern nicht von irgendwoher kommen, ist klar. Estefania trainiert fleißig, so auch auf ihrem neuesten Instagram-Posting. In hautengen Sportklamotten stellt sie dabei unter der Sonne Mallorcas ihren durchtrainierten und braungebrannten Körper zur Schau und heizt den Fans gehörig ein. Wow, was für eine tolle durchtrainierte Figur. Und du siehst hammermäßig aus, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Da bekommt man doch glatt Lust, sich auch in die Sportklamotten zu werfen und für einen solchen knackigen Body zu trainieren. Und du siehst hin! Tschüss! Hallo!